Ey, Wladimir, du gehst nicht an Handy. Alter, geh an Handy. Die Anabolika-Pille, die du mir für Aufbau von Muskeln verkauft hast, haben mega Nebenwirkung. Erst hatte ich nur trockenen Mund, aber dann kam Bartwuchs unter die Fußsohlen. Meine Haut hat sich auch komisch verfärbt, ich seh aus wie Schlumpf. Und die veränderte Stimme, Alter, geht gar nicht. Also ruf mich bitte zurück, ja, deine Svedlana. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf und in Körper.